Hey, setz dich, setz dich mal hier rüber, bitte. Und bitte aussteigen, bitte. Ist das dein Name, hä? Alter, ich hab'n Ausweis, willst du's sehen? Du hast Hausverbot, ey. Ey, wo bist du dich aufs Arbeitsamt? Du hast bei uns Hausverbot, also fährst du auch nicht mit. Du kannst mich mal lecken, ey, Alter. Wenn ich die Pasta kündige, Alter. Einmal bitte aussteigen. Ist halt aus, Alter. Ich hab'n Vorschein. Einmal bitte aussteigen. Dann brauchst du deinen Platz frei für so'n scheiß Kopftuch. Diese Bebleibende schlicht und ergreifend Fee, bis du ausgestiegen bist. Behindert, Alter, ey. Das ist Nädigung. Ich zeig dich an, wie heißt denn du, alte Schlampe? Na, dann rufen wir die Polizei. Na, machen wir, klar. Es ist ganz viel Zeugen hier. Es ist kein Problem, vorne steht Power. Ich kann gleich vorgehen. Ja, mach doch. Du bist ganz viel behindert, Alter. Zeig' mir das mal schriftlich, ey. Bist du behindert, Alter? Dann geht mir nach Asien, scheiß Rassisten. Seht doch deutsch aus. Deutschland die Deutschen. Was ist denn dein Problem? Ich wüsste, die Fertion, genau. Es gibt ja keine Wohnungslohnung, nein, überhaupt nicht. Ich kenn den schon ganz lange. Träume schön weiter, ey. Ja, das ist gar nicht normal, ja. Das bringt aber wirklich gar nicht. Du glaubst, dass Deutschland die Liebe ist, wenn du so weit irgendwelche Sprüche herfängst? Alter, scheiße. Scheiße, Zeisschmerzer. Da sagt er dich hier. Alter, such dir Arbeit, du Spaß. Ich sage alle immer. Wir wissen, selbst spielt wie immer. Nee, zeig' mir schriftlich. Zeig' mir schriftlich. Zeig's mir schriftlich. Komm, geh, mach das voll. Ihr Verhalten ist auch schon ausreichend geflasst. Ich zeig' euch an, ihr Spastner. Wie heißt denn hier, dumme Doof, oder was? Ich zeig' euch an, ihr Spastner. Wie heißt denn hier, dumme Doof, oder was? Spastiger, ey. Das ist Nötigung für Affe, ey. Das ist Nötigung für Affe, ey. Wurde ihnen alles zugestellt? Wurde ihnen alles zugestellt? Ja, dann nehmen sie Handschuhe, ne. Ich hab' keiner zu essen. Wie gesagt, wir beleidigen sie auch nicht. Hey, na. Kommen Sie raus, sonst müssen wir nachhelfen. Ja? Das war jetzt ne Warnung. Ich zeig' euch an, ihr Spastner. Ich kommt gleich wieder rein. Nichts zu tun, wa? War wieder ein schönes Erinnerungssvideo. So wollen wir alle aufhelfen. Ja. 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 Ja.